Die MIX 26 ist ein kompaktes Kraftpaket. Die leistungsfähige Hydraulikanlage kann professionelle Anbaugeräte betreiben. Hierfür stehen drei Schnittstellen zur Verfügung. Die hydraulisch betriebenen Mähwerke bis 1,55 Meter breiter erlauben optimales Arbeiten, auch auf kleinem Raum. Der offene Arbeitsplatz der MIX 26 bietet dank Überrollbügel optimalen Schutz. Für Arbeiten unter Bäumen lässt er sich auch umklappen. Das mobile Bewässerungssystem fasst 500 Liter. Das Wasser kann wahlweise mit Handbrause oder einem Gießarm verteilt werden. Das Wasser kann wahlweise mit Handbrause oder einem Gießarm verteilt werden. Der Schwemmbarken entfernt festgefahrene Schmutz. Die MIX 26 rundet Kärchers Produktpalette im Kommunalbereich optimal ab. Die MIX 26 rundet Kärchers Produktpalette im Kommunalbereich optimal ab. Die MIX 26 rundet Kärchers Produktpalette im Kommunalbereich optimal ab. Die MIX 26 rundet Kärchers Produktpalette im Kommunalbereich optimal ab. Die MIX 26 rundet Kärchers wird am Kilometer Taktivinen gefliegt. Vielen Dank.